Ja, willkommen zur Verlosung von einer dieser drei Figuren für die NBA-Playoff-Prognose. Wir haben gesagt, wir verlosen jede Runde eine Plüschfigur. In der ersten Runde bereits ausgeschieden ist Damien Lilliard, hier auf der linken Seite mit der Nummer 0 von den Portland Trailblazers. Diese Figur werden wir jetzt an einen der Kommentatoren hier verlosen. Die Voraussetzung war zu tippen, wer denn eine Runde weiterkommt in der ersten Playoff-Runde. Und dazu kopieren wir jetzt hier ganz hochoffiziell, notariell beglaubigt, die URL, die Adresse dieses Videos in den YouTube-Comment-Picker. Und dann wird hier per Zufallsgenerator ausgelost. Wer denn hier Damien Lilliards neuer Besitzer ist? Also los, schauen wir mal. Die Voraussetzung muss natürlich auch sein, dass derjenige getippt hat, wer weiterkommt. Und Niner selbst, der hier gepickt wird, das ist allerdings ein Kommentar, für den du nicht gewinnst. Wie ironisch ist das denn? Da hast du geschrieben, in der ersten Playoff-Runde muss man das Team nennen, das weiterkommt. Also acht Teams. Du nennst in diesem Kommentar allerdings kein einziges Team. Das tut mir jetzt wirklich leid, will ich nicht gehässig sein, tut mir leid. Aber da müssen wir einfach eine weitere Runde laufen lassen. Und zwar, bis jemand wirklich tippt. Und das sieht doch schon mal besser aus. Maike Becker hier getippt, dass die Rockets weiterkommen, dass Oklahoma weiterkommt, dass Portland weiterkommt. Das ist nicht der Fall, aber macht in dem Fall nichts für den Gewinn. Also hier insgesamt alle vier, acht Partien und Duelle quasi getippt. Und damit alles richtig gemacht, im Sinne unserer Verlosung. Und damit, Maike Becker, herzlichen Glückwunsch. Du bist hier der Gewinner, oder die Gewinnerin besser gesagt. Und darfst dich über Damien Lilliard freuen. Schreib mir eine E-Mail an radek-at-blackjack-winner.de. Findest du unten in der Videobeschreibung. Und schick mir deine Adresse. Und dann bist du bald stolzer Besitzer oder Besitzerin von Damien Lilliard. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, euch diese Figuren auch auf Amazon kaufen. Den Link dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Da gibt es nicht nur Damien Lilliard. Da gibt es auch James Harden und viele andere aus verschiedenen Sportarten. Auch Dirk Nowitzki haben wir uns zugelegt. Also ich fände diese Figuren ganz lässig. Und von daher, ja, ganz nice to have. Ansonsten habt ihr natürlich die Chance, in der nächsten Playoff-Runde wieder eine zu gewinnen. Beziehungsweise wir haben in unserem neuen NBA-Prognosen-Video, haben wir ausgelobt, derjenige, der die Sieger der Conferences, East und West, in die Kommentare postet, der nimmt an der Verlosung für die Figur von Steph Curry teil. Also, vielen Dank schon mal an alle, die mitgemacht haben. Sorry an diejenigen, die jetzt nichts gewonnen haben. Ja, kann halt nur einen geben. Und herzlichen Glückwunsch an Maike Becker. Bis zum nächsten Mal.